Nehmen Sie gerne Musikvideos aus dem Internet, Musik- oder Hörspiele aus dem Radio auf und brennen daraus Audio-CDs? Mit den dafür optimierten Funktionen in Nero Burning Rom geht es einfach, schnell und in Top-Qualität. Wählen Sie ein CD-Projekt in Nero Burning Rom, dann Audio-CD und Neu. Es öffnet sich das Fenster für die Zusammenstellung Ihrer Audio-CD. Ziehen Sie einfach Video- und Audio-Clips von Ihrem PC-Speicherort in Ihr Projekt. Videos werden automatisch als reine Audiodateien eingelesen. Das macht die Verwendung und das Mischen beliebiger Quellen auf einer Audio-CD besonders einfach. In Ihrer Kompilationsliste sehen Sie nun, dass alle Titel mit einer Audio-Normalisierung versehen werden. Damit wird sichergestellt, dass alle Stücke einen optimalen Tonpegel haben und Sie während der Wiedergabe nicht ständig die Lautstärke anpassen müssen. Durch Klick auf Normalisierung können Sie diese für alle Titel einfach ein- und ausschalten. Standardmäßig ist die Normalisierung an. Setzen Sie das Häkchen für einzelne Titel, wenn Sie die Normalisierung selektiv einsetzen wollen. Wenn Sie zusätzliche Audio-Filter und Soundverbesserungen benötigen, klicken Sie einfach bei jedem Titel auf den Filterknopf. Jetzt erhalten Sie eine Auswahl hochwertiger Audio-Filter und Effekte, die Sie in Echtzeit vorhören können. Mit den beiden anderen Funktionen in diesem Fenster können Sie Ihre Titel auch trimmen oder die Audio-CD-Texte anpassen. Wenn alles soweit ist wie gewünscht, drücken Sie einfach den Brennknopf. Und dann genießen Sie Ihre hochwertige Audio-CD.